Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal darum gehen, wie du es schaffst oder wie wir es geschafft haben, 3.000 Euro Tagesbudget auszugeben und daraus am gleichen Tag ein 3,6er Return on Ad Spend zu erzielen. Wichtig getrackt in Facebook. Es gibt ja immer so einen kleinen Verlust, was kommt an Käufen an. In der Realität war es noch höher, das heißt, es war schon eine sehr, sehr profitable Nummer in Bezug auf die Marge und Co., weil man wirklich hunderte neue Kunden an diesem einen Tag gewonnen hat. Und wenn man jetzt noch überlegt, man hat viele wiederkehrende Kunden, dann ist das schon wirklich eine ganz gute Geschichte. Und in diesem Video möchte ich dir jetzt mal erklären, wie man das genau macht, wie wir hier vorgegangen sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, vorab starten wir jetzt einmal, dass wir das auch mal kurz hier in echt einblenden, also dass du siehst, es sind echte Zahlen. Du siehst hier unten das Budget, was wir ausgegeben haben. Du siehst den Return on Ad Spend, auch welches Datum das war. Dass du auch siehst, es ist an einem Tag, haben wir jetzt hier bewusst mal rausgesucht, dass du einfach mal wirklich echte Zahlen siehst, die sich auch aktualisieren. Und ja, dass ich dir das hier nicht nur an Whiteboard aufmale, sondern das ist jetzt aus einem Werbekonto. Wie gesagt, es geht darum, 3000 Euro Tagesbudget. Das ist jetzt wirklich der Bereich, wo man sagen kann, man skaliert schon, weil bei 200 Euro pro Tag würden wir jetzt noch nicht davon sprechen. Das ist ja eher so ein Budget, wo man starten kann. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man, natürlich fängt man bei 3000 Euro Budget am Tag nicht an. Wenn man sich das jetzt mal hochrechnet auf einen Monat, ist das schon eine ganz gute Summe. Und das kann jetzt nicht jeder mal aus der Portokasse bezahlen, wenn nicht das zurückkommt, was man eben zurückbekommen muss. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn man jetzt startet mit 300 Euro pro Tag, ist natürlich die Frage, okay, was passiert hier zwischen, wenn man hier sich jetzt so einen Zeitstrahl anguckt, dass man hier hinkommt. Weil, ich habe schon angeschnitten, natürlich starten wir damit auch nicht. Wir geben auch mehr aus. Wir geben nicht bei jedem Kunden so viel aus. Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, was auch möglich ist bezüglich Warenbestand und Co. Aber hier ist ja jetzt irgendwas zwischen, was man beachten muss. Weil was passiert, wenn du jetzt hier vorne eine Werbeanzeige hast? Also du hast jetzt eine Werbeanzeige, die funktioniert richtig gut. Die macht vielleicht aus einem Euro sechs oder so was. Und da sagst du, da ist jetzt Potenzial drin. Das möchte ich jetzt gerne aufdrehen. Dann passiert in der Regel Folgendes. Die wird über kurz oder lang nicht mehr funktionieren. Das heißt, es ist nichts, was sich skalieren lässt. Du würdest vermutlich hier hinten überhaupt gar nicht ankommen, sondern irgendwo hier, vielleicht sogar schon am ersten Tag, sobald du ein bisschen mehr Budget drauf gibst, würde das einbrechen. Ist bei vielen zumindest so. Ist nicht immer so. Es gibt auch manche Sachen, die laufen relativ lange durch. Aber hier mal so ein Beispiel, was in der Regel passiert. Das heißt, offensichtlich ist schon mal klar, eine Anzeige ist auf gar keinen Fall aussagekräftig und ausreichend. Weil ich selbst und auch keiner unserer Kunden möchte sein Business auf das Risiko einer Werbeanzeige stellen. Man möchte nicht, wenn eine Werbeanzeige mal nicht mehr funktioniert, dann komplett runterkrachen. Und deswegen ist es so, dass du quasi als erste Aufgabe hast, oder was wir machen, ist mal ein starkes Fundament zu bauen. So, das heißt, man möchte erst mal mehrere Anzeigen finden, die funktionieren. Dass man sagt, man hat schon mal ein Fundament, dass auch wenn mal eine Anzeige nicht mehr funktioniert, dass man nicht komplett runterkracht. Dass man immer noch genug Anzeigen hat. Ich mache das jetzt exemplarisch. Das ist jetzt nicht die exakte Anzahl, die wir hier verwenden, sondern nur als Beispiel, dass du dir vorstellen kannst, wenn du jetzt 300 Euro Tagesbudget hast, vielleicht drei Anzeigen schaltest, dann wird es nicht zwangsläufig auch bei 3000 Euro genauso laufen. Weil es wird immer mal wieder was wegbrechen. Deswegen geht es darum, dass du immer zumindest einen Prozess hast, der es dir ermöglicht, immer wieder neue Anzeigen zu finden, die funktionieren. Weil mit allen zehn Anzeigen, die du neu launchst oder neu veröffentlichst, wird es auch immer welche geben, die von Anfang an überhaupt nicht funktionieren. Das ist ganz normal. Das ist auch bei niemandem anders. Es gibt immer Anzeigen, die sind sehr gut und Anzeigen, die sind nicht so gut. Also oder sehr schlecht sogar. Das heißt, du musst natürlich einerseits alles früh weg cutten, was nicht funktioniert, und versuchen, das zu beschleunigen, was funktioniert. Was wir uns da immer anschauen ist, und das fehlt bei sehr vielen Leuten, so das Verständnis für die Kennzahlen und das Ganze überhaupt systematisch so aufzusetzen, dass man nachvollziehen kann, warum es gerade funktioniert. Weil häufig sehen wir extrem wilde Zielgruppen-Kombinationen, extrem viele Werbeanzeigen und so weiter. Und dann will man irgendwie herausfinden, warum das gerade mal durch Zufall funktioniert oder warum es funktioniert. Aber man kann es gar nicht mehr nachvollziehen, weil es zu viele Variablen gibt. Lag es jetzt an der Zielgruppe, lag es jetzt an der Werbeanzeige, lag es jetzt vielleicht am Text oder... Also viele wissen einfach nicht, wie die optimale Werbeanzeige bei ihm aufgebaut ist, dass man es replizieren kann. Weil nur wenn du eine Anzeige hast, die gut funktioniert, du weißt, warum sie funktioniert, dann kannst du ja auch mehr davon machen, die wahrscheinlich wieder ähnlich gut funktionieren werden. Genauso kannst du ab dem Punkt, wo du weißt, was nicht funktioniert, weniger von dem machen. Wenn du feststellst, zum Beispiel immer Frauen funktionieren auf meinen Bildern gut, würde ich immer mehr Frauen nehmen, aber natürlich auch trotzdem immer andere Sachen testen. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass man auch aus den Learnings hier Rückschlüsse zieht und sich anguckt, warum hat das wohl funktioniert und ähnliches wieder vorne reingibt. Sonst hast du irgendwann so ein Hamsterrad, baust nur irgendwelche Anzeigen, wie bescheuert, ohne Sinn und Verstand. Das heißt, es ist so eine ganz klare Struktur erstmal, die man braucht, um Sachen zu testen, um immer wieder neue Sachen zu finden, die funktionieren. Und wenn man dann hier mal mehrere Anzeigen gefunden hat, die funktionieren, wenn man hier zum Beispiel mal fünf Anzeigen hat, zehn Anzeigen, je nach Budget auch wieder, ganz wichtig, dann kann man auch mal Stück für Stück das Budget erhöhen, teilweise gezielt pushen und kommt dann auch mal hier hinten hin. Aber absolut nicht mit der gleichen Anzahl an Werbeanzeigen meistens wie bei 300 Euro Budget, weil wir dann einfach das Ganze mehr diversifiziert haben. Das heißt, du musst quasi, je höher du hier gehst, auch immer mehr dich in diesen Bereichen befinden und neue Sachen testen. Das heißt, du musst immer wieder Sachen nachschieben und es hört auch nicht auf, weil je mehr Budget du ausgibst, desto schneller brennen. Also man spricht immer davon, dass Anzeigen ausbrennen. Desto schneller brennen diese Anzeigen auch mal aus, das, was ich hier gemeint habe. Und irgendwann musst du halt wöchentlich, wenn nicht sogar mehr, immer neue Sachen nachschießen. Du darfst natürlich auch nicht vergessen, immer wieder neue Sachen zu testen, weil es kann ja auch mal sein, dass das hier irgendwelche Trends sind und die so oder so in zwei Monaten gar nicht mehr funktionieren. Nun, das ist halt das, wo vielen einfach die Struktur fehlt, wo viele einfach nicht wissen, wie gehe ich jetzt konkret vor, warum funktioniert gerade was, weil es ist häufig auch so ein Zufallskonstrukt. Und wir versuchen halt alles nicht auf dem Zufall zu basieren, sondern immer zu wissen, warum was gerade funktioniert, warum was nicht funktioniert, damit man es eben schafft, dann auch mal echt hohe Summen auszugeben, mehrere tausend Euro pro Tag, das Ganze profitabel. Genau, und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, okay, das sind erstmal Summen, die traust du dir selber, stand jetzt gar nicht zu. Du gibst das vielleicht aber auch auf einem anderen Kanal aus. Nur bei Facebook klappt es noch nicht. Wenn es woanders klappt, klappt es in der Regel ja auch, sofern die Produkte das hergeben. Das können wir aber gerne mal überprüfen. Dafür haben wir so ein Erstgespräch auf unserer Website, hier, atzonauts.de, kannst du dich eintragen. Können wir einfach mal schauen, wie schätzen wir das Potenzial ein, wie denken wir, lässt sich das skalieren, wie ist aktuell der Stand bezüglich Marketing auf Plattformen, auf Social Media Plattformen, zum Beispiel Facebook, Instagram oder bei anderen Plattformen. Und wo kann die Reise hingehen? Wie kann so eine Strategie für dich aussehen? Dass du es auch mal schaffen kannst, wirklich sehr hohe Summen auszugeben, auch immer weiter vielleicht zu internationalisieren, je nachdem, was für dich interessant ist. Wie gesagt, melde dich gerne einfach auf unserer Website, www.atzonauts.de. Trag dich für einen Termin ein, dann sprechen wir einfach mal persönlich und schauen, wie wir das Ganze am besten für dich umsetzen können, ob das überhaupt umsetzbar ist und sinnvoll ist. Aber dafür ist es ja gedacht. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen hoch oder ein Abo, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Aber viel wichtiger, wenn das für dich relevant ist, trag dich am besten für ein Erstgespräch ein und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns persönlich sprechen und vielleicht dann auch demnächst zusammenarbeiten und gemeinsam das Potenzial aus dem bevorstehenden Q4 ausschöpfen. Vielen Dank für die Zeit und bis dann! Auf Wiedersehen! Abonniert! илсяporat! Outro